Nein, es ist gefährlich. Du musst einen anderen Weg finden. Also, was ist das Ziel, dass diese Macht zu haben? Wir wissen noch nicht. Vielleicht hätte ich es vorher schon benutzt. Dad könnte ich noch hier sein. Das weiß man nicht. Nicht unter deiner Kontrolle, meine Schuld. Oh, warte, was löse ich denn damit aus? Nicht unter deiner Kontrolle. Daniel, es ist meine Schuld. Ich sollte dich nicht alleine außerhalb lassen. Aber ich habe nicht geholfen. Ich habe nichts gemacht. Weil... Du kannst nicht. Schmerz dich, Mushroom. Ich bin okay. Ich bin okay. Sie muss gut sein. Was für dich? Ich bin immer gut. Dann werden wir auswählen. Ich werde uns ein Essen machen. Ja. Bevor sie uns zu essen. Alles klar. Okay. Erstmal die Tafel. Er ist definitiv ein langer Lerner. Vielleicht zu langer. Das passt. Wir haben uns zwar kleine Steine auf denarenen. Das ist immer großer Steine und Schneebälle. Ja, er steigert sich. Wir haben diese Steine gekocht. Plus fünf Straßenstücke. Der Typ, der hier kommt sicher war, der Zeit zu töten. Frag mich wer gewohnt hat. Das machen wir mal zum Schluss. Viel Zeug. LOL! LOL! Ja genau! Oh Mann. Ja schon traurig. Das ist echt traurig. Ansehen. Na komm. Mal auffilmen. Hey Schrooom. Bist du zufrieden? Haha. Eine gute Mädchen. Daniel hat diesen Tag geblieben. Nicht ihn schuldig. Papa und Maggie und schon. Agathe Falls. Oder I guess Falls. Sommer 93. Achso. Postkarte. Nein! Ich wünschte, ich hätte mehr Dad. Mit den Hauskarten damals. Puhiger Typ. Ich glaube, die Kinder müssen trotzdem aufgewachsen, oder? Papa Hill. P.O. Box 367. Pascadia Origin. Hi Papa. Sag Hallo zu dem kleinen Mädchen in Miami. Ja, hier scheint die Sonne und es brennt. Ich liebe es. Tom kennt jeden und ich warte die ganze Zeit darauf, Scarface zu sehen. Das ist ein richtig geiler Film. Wir bleiben in der Wahnsinnswohnung seines Freundes mit Sicht auf den Strand und Balkon. Ich komme mir so verwöhnt vor. Doch ich weiß, dass John in einem Schloss in den Alpen ist. Also habe ich kein schlechtes Gewissen. Außerdem gefällt es mir hier sehr. Echt toll, das neue Jahrtausend auf diese Weise zu beginnen. Ich vermisse die Urlaube in unserer gemeinsamen Hütte, aber nicht die Waschbrennen in meinem Zimmer. Hoffentlich kannst du uns bald besuchen. Lieb euch alle, Maggie. Ach schön. Wir retten. Ich wünschte, ich hätte mehr als Tobacco, ehrlich gesagt. H.Q., ich bin durch die Stadt. Keine Gefahr in der Sicht. Papi? Das sind doch schon wieder... Das sind doch schon wieder Sachen. Es gab ein bisschen mehr, als wir kamen. Ja, ich stelle das doch weg. Ja, ich stelle das doch weg. Ja, ich stelle das doch weg. Es fühlt sich wohl so gut, dass alles ausgetauscht wird. Was haben wir hier denn? Alter, haben wir hier schon viele... Schaubot. Hallo, Motelrunde Soap. Okay. Medizin. Ah. 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 Too risky. Ah. Pro Tipp. Always boil the water. Ja. Unless you want Daniel's brain nasty things on both ends. Ja. Achso, ja, was sind denn meine Ziele? An vor allem Holzofen machen. Ja, okay, das wusste ich aber. Once you get used to squatting. It's not so bad. Nur, ich will erstmal hier alles mir ansehen. No more peeing at night for Daniel. I got so scared. We're lucky he didn't blow up the house. Zum Glück kann er das eigentlich nicht. Das Haus in die Luft gehen, obwohl. Ich will doch nicht zu voreilig sein. Wahnsinn. Man. At least we have fresh water in our front yard. Hey. I put some clean water in the bathroom so you can wash a little. Okay. 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 No more indoor training sessions. Wahnsinn. We never found the key to this door. I guess using the sliding door is cool. Oh, the door. This room is fucking cold, so. We put everything we didn't need in it and. Keep it closed. I can't believe how much Daniels powers have improved over the last weeks. How to love one hit wonders. What is that? Who should that be? I don't know. Oh, Spielzeug. Alles klar. Feuerzeug. This thing has saved our ass. Nehmen. I think it's time to get warm. Yeah. Danielle doesn't need to see this. Hope Patiententrum, 21 SE Powell Boulevard, Portland Origin. Sehr geehrter Patrick Hill. Dies ist eine Erinnerung an Ihren geplanten Chemotherapie-Termin im Hope Patiententrum am 8. September um 14 Uhr. Bitte lesen Sie die beigefügten Anweisungen als Vorbereitung auf Ihren Besuch. Falls Sie Fragen haben sollten, rufen Sie bitte unser Hauptbüro unter 555 Hope von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr an. Mit freundlichen Grüße, Dr. Fischer. Und damit sollte man auch nicht scherzen irgendwie. Also Chemotherapie... Oh ja, Chemotherapie ist nichts Schönes. Oh. Oh. Örtlichkeit während dem Raubüberfall von Flüchtlingen angegriffen. Hätte ich das mal nicht gemacht. Die Polizei durchsucht einen Raubüberfall, der durch die zwei Ausreißer aus Seattle durchgeführt wurde, die für den Tod eines Polizeioffiziers im Oktober verantwortlich sein sollten. Hank Stamper, Besitzer einer Tankstelle am Highway 5 und eine Stütze der Gemeinschaft, sagte, er konfrontierte die Brüder Sean und Daniel Diaz, nachdem sie angeblich ging, schnell aus seinem Laden gestahlen. Stamper sagte der Polizei, dass die Brüder in die Wälder entkamen. Ja, ich hatte Angst. Sie wissen, wie verrückt Kinder heutzutage sind. Weiter auf Seite 5. Wie kann ich für ihn schlecht fühlen? Die Familie erinnert sich an einen sanften Polizisten, der in der Schießerei in Seattle starb. Alter! Ashley Messius, Schwester von Wachtmeister Philip Messius, der in dem geheimnisvollen und kontroversen Vorfall in Seattle starb, welcher zwei Tote hinterließ, hat eine Mitteilung veröffentlicht in Bezug auf Drohungen, die sie erhielt und auf Kritik die online Anbeamten geübt wurde. Die Tat, mein Bruder, war ein lieber Mensch, der nur sechs Monate lang Polizist war und an diesem Tag nicht hätte allein sein sollen. Mein Herz ist bei der Diaz-Familie und allen Opfern dieses furchtbaren Unfalls. Auch uns. Ah, okay. Die Polizeibehörde benötigt mehr Mittel, damit kein Beamter allein auf Patrouille gehen muss, wenn sein Partner krank oder nicht verfügbar ist. Philip widmete sein Leben der Unterstützung anderer, besonders Kindern in gefährdeten Heimen und stellte seine Zeit stets für die Wohlfahrt zur Verfügung. Es ist leicht, hinter seiner Tastatur zu sitzen und zu urteilen und ihn anzugreifen, doch genau so wie wir, doch genau so wie wir um andere Trauen trauen, wie um einen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Achso. Ich hätte gerne noch Seite 5 gelesen. Noch ein Brief. Ich weiß nicht, haben wir das nicht gelesen? Ich bin natürlich sicher. Schau, ich bin ein besserer Autor als Redner, also schreibe ich dir während du dann... Ich glaube, den haben wir gelesen. Ich glaube, das haben wir gelesen. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, den haben wir schon mal gelesen. Deswegen, also das könnt ihr euch sonst mal im Tier selbst durchlesen und beim Tierpausen machen. Also hier. Und jetzt gehe ich eben nach unten. Ist ja nur noch jetzt hier dieser kleine Abschnitt. Ich bin mir ziemlich sicher, das haben wir schon gelesen. Und Stifte. Ich hab das so benutzt, also... Das wird anders sein. Ich habe Zeit, um zu lernen. Es ist mir ein bisschen wie an meine Tastatur-Posteren. Danke, Hank. Hörger. Okay. Wir landen unsere Tasche. Genau. Das ist ja hier unsere Tasche. Die haben wir auch schon dann hinzugefügt. Das ist ja hier ein bisschen zugefügt. Hm. Wow. Ähm. Warte. Was alles haben wir? Da muss ich jetzt brechen. Hier haben wir Trüffelskissen. Oh. Hier haben wir noch Comics. Oh ja. Hotdog. Wir wissen, wen wir heute sehen werden. Highschool fühlt sich jetzt so weit weg. Ich muss dir auch zugeben, ich habe nur ein bisschen halt was vom Trailer gesehen. Was, äh, hier passiert. Aber ich wollte mich nicht spoilern lassen. Komm, wir bringen mal was bei. Wir sind bereit für heute's Training, Puppy. Sit. Schroom, sit. Seriously, Girl. Sit. Mushroom, sit, Girl. Ernsthaft? Are you kidding me? You just don't know how to talk to her. I remember this. Traitor. Wow. Schmeckt ja die Lover. Ich will das selbst machen. Okay, so. Feier machen. Mr. Robot ready to take off. Here we go. Hold on, Mushroom. We're gonna build a fire. Dang. I am starving. Guess it's time to start cooking. Yum. Okay. Too bad, I can't make a pizza fly to us. I could start Daniels delivery service. So, wählen. Konservendose, 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 Konservendose. Äh, 1, 2, 3, 4. Wir nehmen oben. Better talk to Daniel after dinner. Hey, what are you cooking? Oh, I'm sorry. Here's your menu choices. Ravioli? Or Ravioli? Okay, okay. Heya. I'm so tired of eating the same shit. Wait, how can I do this now? I just want one slice of pizza. Ah. Besprechen. Warte, muss ich jetzt erst besprechen? Kann ich nicht servieren? Okay, dann muss ich jetzt, äh... He looks so serious on this picture. I still can't believe he's gone. Hmm... I miss him so much, it hurts, Sean. I know, Daniel. It's okay to think about him. I do it too. Okay. Thanks, Sean. Okay. Okay. Ähm... Wait, aber... Hä? Wo kann ich denn jetzt Essen servieren? Warte mal, was? Einen sauberen Topf finden und Essen zu bereiten. Okay, einen Topf finden. Habe ich schon einen Topf gefunden? Ah! Warte mal, können wir das mit, ähm... dem hier machen? Ja, haha. Topf. Daniel muss etwas essen, nachdem all das... Psychische Scheiße. Warst du nicht das, was ich erst dachte, aber da war es auch ein Topf. Keine sauber. So. Wir bereiten jetzt mal eben Essen vor. Ein großer Feuerplatz. Wie in Seattle. Natürlich, ich erinnere mich. Du warst immer krank auf S'mores. Und hast das Toilett verloren. Ja. Ich erinnere mich. Ich weiß. Nein. Es ist noch nicht bereit. Ich bin jetzt ein Ravioli-Expert. Dann muss ich die Fahrten anfangen. Oh, geil! Nice one. Oh, darauf habe ich gerade richtig Bock. Nice one. Ich möchte zeichnen. Weitere schöne Zeichnungen. Zeit, um die PIN zu nehmen, Mann. Fokussieren. Okay. Fokussieren. 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 Hä, das ist doch noch nicht fertig. Hä, schau. Hm. Sehr gut. Aber ich kann mehr Details, wenn ich es will. Ich kann mehr Leute. Wunderschöne. Wunderschöne. Wunderschöne Speed. Ja. Wunderschöne. Weitereils. Wunderschöne. Wunderschöne. Essenszeit Nein, ich doch auch. Hätte ich doch sagen sollen, tu so als wäre Spaghetti. Nein, Daniel. 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 Na komm schon. Daniel, komm schon. Ich weiß, schiebe meine Macht. Aber es ist nur du und ich und Puppe. Ich will nicht, dass du in den Habit kommen kannst. Genau. Und nicht, dass deine Erkältung was mit den Kräften zu tun haben könnte. Das habe ich nämlich schon fast in Befürchtung. Erinnert euch mal an den ersten Teil Life is Strange mit Max, die Kopfschmerzen bekommen hat durch Zeitsprünge und durch das Zurücksprünge der Zeit. Ich muss dir etwas zeigen. Um, okay. Ich muss ihm die Karte zeigen. Ich glaube, ich habe es mit meinen Büchern verlassen. Achso. Okay, jetzt weiß ich was. Das ist nichts hier. Daniel. Was hast du mit der Karte gemacht? Hm. Was meinst du? Du weißt, was ich meine. Wo ist die Karte, die mit meinem Essen war? Oh. Diese Karte. Sie ist in meinem Temp. Entschuldigung, Sean. Oh, Schramm. Ich kann dich nicht schmerzen. Stopp. Okay, come on, doggy. Let's go, girl. Hey, man. Can you call your dog? I don't exist. Mushroom. Come here, girl. Ah, da ist die Karte. Jawohl. What a great team. Ich habe die Karte schon gesehen. Da. Ah, der hat erstmal hier die Zeichnung ansehen. Hm. Hm. Ich könnte eine super coole Manga über Daniel machen. Oh. Oh. Mein Gott. Kann ich nicht ansehen. CD-Spieler. Ja. Alles klar. Das sieht aber auch sehr interessant aus. Eine Kaffel. Was ist gar nicht so? Daniel liebt seine Karte. Watch out. Okay. Da ist sie. Für fuck's sake. So. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was Sean uns zeigen will. Was will... Da ist jemand auf der Tür. Was die... Wann hat er aufgenommen? Ich weiß nicht. Ich habe ihn nur gesehen. Sean. Motherf... Daniel? Hahaha. Ich habe dich. Oh. Ernsthaft? Ja. Okay. Okay. Good job. Haha. Du hast fast deine Karte gebrochen. Natürlich habe ich das gemacht, Mann. Anyway. Okay. Ich denke... Es ist Zeit für uns die Straße zu fallen. Du wirst nicht besser werden. Wir sind fast aus der Herzen. Nein. Ich bin okay. Nein. Ich glaube, das liegt an den... Das liegt an den Kräften. Ein schlechter Kaffee, der nicht weggeht. Trust mir, Daniel. Du brauchst eine Medizin. Schau. Hier. Beaverkrieg? Was ist das? Das ist, wo... Caren's Eltern... ... ... ... ... Okay. So, was? So, wir können da gehen und... ... ... ... ... ... ... Ja, was sollen wir denn sonst hin, Daniel? Was, wenn sie... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja. Okay. Ich glaube nicht so. Loser. Er wird wieder geöffnet. Okay. Okay. ready to lose? Captain. Was ist dein Bein, Freund? Okay. Lord Geddes. Warte. Hier geht's. Ich brauche nur eine 6, eine 5 und eine 4. Okay. Ich habe ein Schiff. Das ist besser als nichts. Dieses Schiff ist mein. Wir müssen uns weiter einsetzen. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich hoffe, ich habe es verstanden. Komm schon, 5. Still incomplete? Geez. Sollte wie eine Nussstrahl. Captain ist bereit, zu regeln. Ahoy! Okay. Das ist meine letzte Chance. Die 4. Keine 4. Keine Schiff. Keine Schiff. Keine Schiff. Keine Schiff. Deine Turn, Lieber. Keine Schiff. Okay. Okay. Erdsaft. Okay. Erdsaft. Ich brauche jetzt die Schiff. Ich brauche jetzt die Schiff. Pretty, bitte. Oh, ein guter Schiff. Was ist denn draußen viel Geräusch? War das ein Bier? Wow. Hm. Nicht schlecht. Alter. Okay. Lass mich jetzt die Schiff. Okay. Komm. Komm, 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 komm. Oh, verdammt. Was zur Hölle? Ey! Bist du mich schuldig? Ich kann sehen, die Dice rollen, Mann. Was habe ich gemacht? Du hast nur eine Spiegel. Stopp schreit, Mann. Du musst besser sein, als das. Besonders jetzt. Alles klar. Ne, sonst wäre ich gleich das Spiel. Komplett Schiff. Du gehst runter, Mann. Wir werden sehen. Ne, warte mal. Der... Fünf? Also, sechs, fünf, vier. Ne, warte mal. Hm. Der Beute hinzufügen. Wahrscheinlich lerne ich alle diese Bücher. Hm. Böreig. War das nicht eben, der Fünf? Ja, du erinnerst von der Zeit, als ich am Schiff. Hm. Du meinst, dass wir am Schiff. Ja. Du hast mir geholfen, sie zu schrauben. Hm. Und würfeln. Ich warte, dass er dieses Spiel lieb hätte. Definitiv. Ja, okay. Er war ein großer Pirat. Just wie uns. Kapitän Diaz, King of the Seas. Die Tücher sind yours. Ne, nicht überspringen. Ich will das schon hier sehen. Sechs... Okay, er hat schon mal eine Sechs. Aber ihm fehlen noch die Fünf und Vier. Oh, keine Fünf. Fünf, vier. Wow. Daniel, der big nerd. Getting sick of screens. No way. It's nice for a change. But... I still want my Playbox. Yeah. 9 Punkte, oder? Hä, 21? Do you know what it means? Yeah, okay. You want it. Ah. Here's my bag. Hm. Let's see.